Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Rockstar Games verschenkt mal wieder 500.000 GTA Dollar und ich werde euch in unter einer Minute zeigen, wie ihr die bekommen werdet. Let's go! Also ihr müsst euch einfach im Monat Mai in GTA 5 online anmelden und dann bekommt ihr das Geld einfach schon innerhalb von 7 Tagen auf euer Macebankkonto überwiesen. Und wenn es halt Probleme gibt, dann einfach nochmal ein Support anschreiben oder sowas. Und die werden dann auch antworten und das kann dann manchmal ein bisschen länger dauern, weil manchen dauert es vielleicht auch nur 2 Tage. Dieses Jahr haben wir insgesamt 4 Millionen Euro verschenkt, das ist echt ehrenvoll von denen, dass sie so viel verschenken und ja, danke, dass ihr hier angeschaltet habt. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen und ihr könnt gerne einen Kommentar da lassen und das Video liken und dann gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich will ja nicht um heißen Brei reden. Also, bis dann!